Jungs, morgen ist ein besonderer Tag. Wir warten wichtige Gäste. Da bin ich auf die Hilfe der Besten angewiesen. Deshalb werden wir heute die Sprinter auswählen, die mich morgen begleiten werden. Entendet ihr? Beginnt euer Arbeitstag. Es ist eine spezielle für die Chilische Kinder. Und meine Mutter? Sie müssen auf dem Weg gehen, sicher. Votiert von Pablito. Wir glauben, dass ihr und ihr ihr Kind haben, diese Möglichkeit haben. Er weiß nicht, dass er ihn erinnert. Du denkst, dass ich ihn nicht mehr will als du? Wir haben keine Aspirin. Aber ich kann mir keine Siena machen. Was ist das? Was ist das, Frau? Was ist das, Frau? Sie wissen, warum sie mir sagen, Dauerhunkle? Das bedeutet, Tio Permanente. Weil ich immer noch mit Ihnen sein werde, sogar nachdem ich sterbe. Ich bin der Rest Nutzer. Ich habe nur mit einer ganzen Korp.